hat irgendwie Punch und das ist dann manchmal schon sehr ja, aber ist das vielleicht cringe, wenn ich das jetzt mache, also ich stelle mir natürlich viel mehr Fragen, deswegen komme ich auch jetzt echt langsam in die Phase, ich denke ey, ist cool, es hat jetzt auch nochmal echt Spaß gemacht, die Platte zu machen, auf Tour zu sein mit der ganzen Crew ist auch irgendwie sehr geil, macht voll Spaß, aber ich glaube es ist auch an der Zeit langsam, ey, die Bühne ist für Jüngere also weil diese bestimmte Art so so keinen Fick zu geben ist auch, wenn man jünger ist, einfach leichter weil man ist noch so man will Erfolg, man will klar sich verwirklichen und so und das ist auch ein Drive, der auch wichtig ist jetzt überlegt man halt immer, was erzähle ich, genau, jetzt ich hab Geld, ich bin jetzt angekommen ne, was, worüber soll ich jetzt singen, ah ich bring meinen Sohn zur Schule so ich kontrolliere die Hausaufgaben so, ähm, ja und deswegen ist die Suche nach Themen auf jeden Fall schwieriger als früher jetzt bei Club Live und so, klar, die Sachen, die Spaß machen gerade für die Musik, die ich gerne mache darüber jetzt zu singen, klar es wird dann irgendwann ein bisschen komisch ja, wie wie war das denn für dich, weil du hattest ja, bevor du auf nicht mal auf Tour, sondern davor, vor dem Abend, hattest du ja auch zwei Jahre Pause, glaube ich, ne zwischen 2020 und 2022 ne, ne kleinen Break du meinst, als du überzieht das letzte Jahr ja, ja und dann bist du ja jetzt wiedergekommen, sage ich mal, ne und dann hast du ja direkt wieder Millionen von Klicks gemacht und das ist ja du warst direkt wieder sehr präsent was ist das für ein Gefühl, so nach 15 Jahren Karriere zu wissen, ich bin kurz weg bin wieder da und ich hab immer noch so einen Impact ja, was macht das mit deinem Ego? denkst du dann, die haben dich Shit kaufst du deinen Belsmantel, hast du okay, ich trage Mantel ja, also ey, natürlich ist es schön, ist es schön ähm aber glaub nicht, dass ich nicht auch meine Komplexe hab wegen Sachen, ne so, wo ich denke, ah also, ich meine man ist der Shit in bestimmten Sachen und in bestimmten Sachen nicht und ich sagen wir so es ist auch für mich nicht so nicht so äh attraktiv zu nur zu mit meinen Fans zusammen älter zu werden natürlich will man auch also genau die ganzen Sachen die ich gerade beschrieben habe wie spreche ich wie spreche ich wie verhalte ich mich dass ich wirklich auch von jungen Leuten gefühlt werden kann weil nur mit nur für die Alten die so alt sind wie ich oder mit mir groß gemacht zu singen ist für mich nicht so interessant auf Dauer ich kann nicht kann nicht genau sagen warum ja manchmal denke ich auch ich bin auch so ein Vampir der junge junges Blut braucht so äh auch in meiner Band die Leute sind alle irgendwie jetzt jünger so ne okay weil ich das auch ich mag das auch oder ich will mich ja auch irgendwie äh wie soll ich sagen ähm weiterentwickeln ja weiterentwickeln so auch ähm ja irgendwie jetzt nicht am Puls der Zeit aber so dass man halt irgendwie ja gechallenged wird immer wieder auch aber es ist nicht das Rezept für eine bessere Welt irgendwo weil du bist ja älter und arbeitest zusammen mit jüngeren Leuten ihr versteht euch ich komm in der Mitte und kriegiert irgendwas zusammen was zeitlos ist voll und ich finde es ist halt voll der Weg so für die Zukunft weil wir merken ja in unserer Welt die älteren beziehungsweise für uns älteren sind Politiker die machen irgendwas was nichts mit uns zu tun haben und wir müssen halt in der scheiß Welt leben die sie für uns gestalten sozusagen ohne uns und deswegen finde ich halt dieser Ansatz eigentlich gar nicht so schlecht da sprichst du auch was an was mich natürlich auch viel beschäftigt weil ich bin ja jetzt letztendlich ich weiß nicht bei dir ob du das nicht auch irgendwann fühlst den Chor ja irgendwie irgendwann guckt man sich um man kann ja nicht immer sagen die sind die Politiker die machen die Welt wir sind ja auch die Generation die jetzt deswegen sage ich das ja am Start ist eigentlich also ich hundertprozentig und selbst ihr ihr seid ja auch nicht mehr 18 ne so klar irgendwann ist so ey will ich irgendwie Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft oder will ich andere das machen lassen und mich beschweren dass die es scheiße machen so also das ist für mich beschäftigt mich sehr natürlich vor allem weil ich Ressourcen habe und irgendwie einen Status der mir es auch erlaubt mich mit Sachen zu beschäftigen die wenn man so im Daily Struggle ist natürlich auch gar nicht liefern kann so deswegen habe ich natürlich nochmal eine besondere Verantwortung ja aber ich finde es cool das was du machst also auch die Tatsache dass du hier bist ist halt für mich ist es das ist Leben weißt du nicht nur das was man erreicht aber was man den anderen auch gibt und wie viele Leute man mitzieht auf seinem Weg so weißt du und ich finde es halt cool wenn du so jüngere Leute hast in deiner Band und manchen sind auch nicht noch nicht so erfahren für Live-Performances und bla bla und dass du trotzdem die Chance gibst ey komm mach mal einen Fehler und lerne aus diesen Fehler und werde besser so weißt du das finde ich macht nicht jeder und das ist für mich so Leben weil wenn du dann weg bist hast du nicht nur die Albums gemacht aber du hast viele Karrieren noch geprägt direkt oder indirekt so weißt du ja im besten Falle ja im besten Falle genau gelingt es und ich habe ja auch wie gesagt was davon weil die jungen Leute halt mich ja auch total befruchten also ich kriege ja auch mit der Vibe ist anders und teilweise mag ich auch den Vibe und da denke ey die sind viel cooler als wir früher klar dann gibt es wieder Sachen wo man hat okay das da bin ich froh wiederum dass ich irgendwie irgendwie oldschool bin und nicht mit Insta und TikTok aufgewachsen bin zum Beispiel da bin ich thank the lord ja geil wirklich geil dass es nicht zu meinem Leben gehörte als ich irgendwie 20 war darf ich fragen wieso was ist denn das negative oder was siehst du denn so negativ an sozialen Medien ich sehe einfach den Pressure den das macht sich ständig zu äußern zu präsentieren jeder beurteilt also wie gesagt das ist hat auch immer Up und Downside so ne aber ehrlich gesagt sag du sag du mir also weil für mich ist auch interessant natürlich wenn Leute sagen nee für mich ist das gar nicht Pressure so mir kommt es ein bisschen so vor weil auch die die Sucht danach sein Handy zu greifen und zu gucken ich meine ich merke das ja selber so wie schwierig das ist davon Abstand zu halten ich meine wie ist es für dich auch unterschiedlich ich muss sagen ich lasse mich zum Glück nicht pressuren wirklich ich habe schon von Anfang an kennt ihr so man sieht Models oder Leute die viel erfolgreicher sind ich habe die alle entfolgt das war damals wo ich noch sehr jung war weil ich saß zu Hause ich habe geguckt ich so warum sehe ich nicht so aus wie sie soll ich noch abnehmen und ich habe mir gedacht warte mal kurz was machst du da gerade du kennst sie nicht du weißt nicht was sie zu Hause macht mach das weg deswegen lasse ich mich dann nicht wirklich pressuren aber es gibt natürlich Zeiten wo ich mich selbst hinterfrage wo ich sage war das zu much war das zu wenig vor allem als Frau sag ich mal bei mir habe ich zu viel gezeigt zu wenig gezeigt es ist zu eng es ist zu eng es ist zu dis und dann hatte ich halt Phasen wo ich alle meine Bilder gelöscht habe weil ich mich irgendwie gefühlt habe was würde ich mich irgendwie verkaufen oder komisch präsentieren weil ich dann zum Teil auch diese nicht pressure sondern man hat das Gefühl alles ist normal man kann machen was man will aber irgendwann mal habe ich dann einen Gang zurückgeschaltet gemerkt ey das bin ich nicht ich versuche gerade irgendjemand zu sein aber es ist trotzdem auch gut um sich zu präsentieren wie zum Beispiel bei SSLP Podcast da haben wir sehr viele Fans durch Social Media gewonnen also es haben wirklich positive und negative Seiten man muss es wirklich abwiegen und kurz eine Pause machen glaube ich und nicht zu sehr in sozialen Medien sein ja ich meine es ist natürlich ein Multiplikator das kann natürlich auch immer was Positives sein so ich meinte auch mit Pressure nicht nur ähm dass man sich vergleicht und so das ist natürlich oder dass man jeder zeigt natürlich auf Insta best of ne so also Highlight Wheels es gibt natürlich es gibt natürlich auch Leute die da vielleicht ein anderes Konzept haben aber im Großen und Ganzen klar sind wir so gebaut man präsentiert den Leuten natürlich nicht irgendwie alles was scheiße ist an einem oder an seinem Leben so äh aber ich meine auch so dieses also es ist halt alles so verfügbar und alles so schnell ja nein ganz kurz so und ich weiß nicht so diese Zeit dass Sachen halt auch dauern oder dass nicht gleich alles perfekt ist wie am Computer oder dass man halt irgendwie eine butzlige Zeichnung macht äh oder ich weiß nicht so alles was so früher dazu gehörte um um was zu machen es war immer viel mehr Handwerk und irgendwie Zeitinvestment und so und ey es gab definitiv ja auch früher Sachen die scheiße waren und die jetzt auch besser sind ja hundertprozentig ja aber so was so so wie man so Zeit verbringt und dass man halt einfach irgendwo hingeht klingelt ist der Zuhause ah nee äh na gut so weißt du das gibt es ja gar nicht mehr so und das sind so Sachen die wo ich schon sagen würde ey cool dass ich in der Zeit so aufgewachsen bei uns gab es Fernsehen da haben sich die Eltern darüber natürlich Gedanken gemacht ah too much TV und so so was jetzt das Handy ist ich bin auch froh dass wir also ich auch auf eine Zeit aufgewachsen bin wo ähm ich wirklich auf äh KISS FM warten musste bis 22 Uhr dass der DJ rankommt und mir neue Musik zeigt und ich mit meinen Sonja Rixson rekorden kann und das morgens bis ich zur Schule gehe hören kann so weißt du weil dann lernt man auch wirklich die Sachen so zu ähm wertzuschätzen ja und ich finde das fehlt halt momentan ein bisschen ich merke das selbst mit meinen Kindern oder mit meinem kleinen Bruder manche Sachen wissen die jetzt nicht so zu schätzen wie wir und andere Sachen sind ja aber viel besser als wir deswegen meinte ich ja auch und ich komme auch wieder darauf zurück dass es für mich halt wirklich so ein bisschen eine Formel ist für eine bessere Zukunft wenn ältere Generationen und jüngere Generationen sich austauschen weißt du wenn der Austausch wirklich da ist und er ehrlich ist dann denke ich auf jeden Fall dass wir in eine bessere Zukunft gehen wie wir es jetzt tun aber Zukunft bringt manchmal ist es schwer daran zu glauben aber ich denke mal irgendwie hat man auch keine andere Wahl gerade wenn man Kinder hat und so was soll man machen es wird alles scheiße das ist irgendwie keine Attitude mit der ich irgendwie durchs Leben gehen kann das geht gar nicht da kriegt man ja Depressionen muss man muss man weil ich auch persönlich wenn ich die Welt manchmal beobachte wie sie jetzt gerade ist ich habe schon mal eine depressive Phase wo ich einfach Angst habe nicht für mich aber für meine Kinder dass sie einfach ich möchte einfach dass sie eine bessere Zukunft haben auch für dich selbst Angst zu haben ist glaube ich gesund oder was hätte ich so normal klar aber für mich ist ich denke mir so ich habe ein bisschen schon gelebt und wenn ich so die Richtung sehe wo wir uns hinbewegen habe ich Angst dass sie das nicht mal erleben können wenn du ein bisschen verstehst was ich meine ich weiß total was du meinst weißt du deswegen für mich manchmal bin ich so ich kriege einfach so schnell Panik aber die Zeit wieder schnell weg so für zwei Minuten bin ich erstmal so panisch dann denke ich mir so nee alles wird gut weil das ist ja nicht das erste Mal weißt du dass die Welt so momentan so ein bisschen scheiße sage ich mal und im Endeffekt schafft man doch ein bisschen mehr und wie du gesagt hast auch man kann nicht nur gucken okay was machen die Politiker sondern du selbst was machst du um deine eigene Welt zu verbessern weißt du deswegen meinte ich auch zum Beispiel dass ich mittlerweile mehr mit meinen Nachbarn mich auseinandersetze mit dem Typ beim Kiosk oder whatever weil wir beschwenden uns auch oft so ja in Berlin sind Leute kalt aber was machst du genau um dass es anders wird weißt du welche Hitze bringst du da rein weißt du weißt du weil wir sagen das alle aber wir kommen alle wir sind selber kalt wenn du so wirklich nachdenkst denkst du eigentlich gehöre ich genau dazu wie alle anderen weißt du und deswegen finde ich halt gut dass du halt mit jüngeren Leuten nochmal arbeitest und dass ihr da euch zusammenschweißt und was Neues zu euch erfüllt in dem Kontext wenn ich das fragen darf du hast ja du bist ja Familienvater und dadurch bist du natürlich auch nochmal sensibler durch diese ganzen Thematiken wie ist denn dann dein Schritt an deine Kinder dran weil das ist ja auch nochmal ganz besonders einerseits wie du mit der Welt umgehst aber wie bereitest du deine Kinder auf die Welt vor und wie kommunizierst du das überhaupt wie schaffst du es dass sie dir überhaupt zuhören und nicht dieses ach der redet wieder das was man halt auch selber als Kind hatte dass man das aber selber nicht auslöst bei den bei den Kindern sozusagen ich glaube auf eine Art wird man das immer also nicht immer auslösen aber es ist natürlich schwierig ja es ist sehr schwer ich tue mich da auch total schwer also erstens merke ich auch wie krass man auch in seinen Neurosen gefangen ist die man auch schon von seinen Eltern mitbekommen hat ich meine so ist ja Fakt also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen aber ich merke auch wie Sachen die bei meinen Eltern also Traumata die die hatten wie sowas auch weitergegeben wird so ein innerer Stress teilweise so also das merke ich manchmal so krass und wo auch Leute deswegen glaube ich auch daran dass wenn so ganze ja Völker oder Tribes oder wie auch immer auch so Traumata haben dass das auch weitergegeben wird da bin ich inzwischen total von überzeugt auch wenn man das selbst nicht erlebt hat das ist irgendwie das kriegt man so mit ich glaube das wird dann verblasst auch wieder also da kann man auch sich daraus befreien aber es ist auf jeden Fall erstmal auch da und ich merke halt im Umgang mit meinen Kindern auch boah wie oft ich so auf Autopilot bin und dann auch immer so ey warte mal wieso bist du gleich schon wieder auf 180 und schreist rum weil das und das nicht ist so es ist mein Stress den ich so weitergebe also das ist mir sehr bewusst dass ich auch nicht immer der gechillteste bin dann auf der anderen Seite Mann ich bin auch ein privilegierter Mensch die leben in einem privilegierten Haushalt und auch das ist sowas was mich auch wieder so unter Druck setzt ich will nicht dass die ich will dass die so normal wie möglich aufwachsen und nicht so ich erbe eh das Haus und ich kann mich wie ein Arschloch benehmen so ungefähr weißt du so mäßig und auf der anderen Seite ist es ja auch wieder Pressure für die wenn der Vater bekannt ist voll die Schüler in der Schule mögen die mich weil ich ich bin oder weil ich der Sohn oder die Tochter von Peter Fox bin oder so auch diese Sachen irgendwie beschäftigen mich manchmal oder werden mir manchmal plötzlich bewusst wenn ich merke zum Beispiel ich fahre ein richtiges Scheißauto und mein Sohn ist irgendwann auf mich zugekommen und meinte ey Papa der fand es peinlich der fand es peinlich warum ein Skoda wir haben so ein Renault das kommt so ein Scheiß also ich stehe halt in diesen Autos halt wirklich wurscht es muss einfach nur fahren und ich finde einen großen Kofferraum wichtig aber ich habe so gemerkt dass er so unter Druck ist dass er in der Schule nicht er will am liebsten dass niemand mich sieht was ich für ein Auto fahre weil die sagen ja die fragen dann warum fährt denn dein Vater nicht das und das und ich glaube er hat sogar gelogen und hat erzählt dass wir ein Lambo haben oder irgendwas also wir waren auch ein bisschen kleiner aber so wo man auch so boah krass was da so passiert dann habe ich auch ich habe auch früher viel Geschichten erzählt also ich bin auch ein kreativer Geschichtener vielleicht kommt da noch ein Buch raus ja ich komme immer so interessant Game of Thrones nächste Folgen von Game of Thrones kommen dann von dir vielleicht also ich weiß nicht ob das ich glaube das ist auch was sehr Jungs mäßiges ich weiß nicht wie es bei Mädchen ist aber bei mir gar nicht Jungs haben müssen glaube ich auch oft sehr aufmucken so mein Vater macht dies mein Bruder macht das Gesicht bewahren ja und so es ist immer so ein Battle und das war ehrlich gesagt in den 90ern oder 80ern schon genauso wie jetzt wahrscheinlich und ich merke das bei meinem Sohn halt auch und da kommt dann dazu noch so dieses mit ja wer ich bin und was die Leute vielleicht erwarten wie es bei uns ist ja interessant krass ich war komplett das Gegenteil ich habe ganze Geheimnisse von der Familie erzählt also du warst einfach ehrlich ja ich bin so ehrlich ich habe alles erzählt ich habe alles erzählt ich habe originell nicht erzählt also die meisten Leute die mich kannten haben die meisten Sachen wirklich jahrelang nachdem sie mich kennen erfahren so über mich ich bin so gechillt immer gewesen ja ich war nicht gechillt ich habe auch übertrieben ich nicht ich war sehr aber ich hatte auch nicht viel zu erzählen so an sich ich hatte ziemlich ein einfaches Leben ich hatte in Wedding gewohnt Sardinastraße alle haben immer geschrien wenn ich sage Sardinastraße so deswegen viel zu erzählen hatte ich nicht aber ja keine Ahnung aber ja ist krass zu sehen wie unter Druck man Kinder machen kann indirekt ich meine es ist ja nicht gewollt es ist ja nicht gewollt einfach durch deinen Erfolg haben sie so viel Glück und Pech gleichzeitig es ist halt ein bisschen wie die Söhne von Zidane jeder erwartet von denen dass sie Zidane werden aber sie können niemals den Zidane werden weißt du das ist halt auch immer so eine Sache und es ist ja auch interessant dass du das sagst wie stehen sie denn zur Musik hat einer Lust hat einer einen besonderen Talent ich habe gerade dein Sohn mag Travis Scott wie der Rapper ja ich würde schon sagen dass die Talent haben aber natürlich wenn Papa Musik macht und Mama auch übrigens oder hat früher auf jeden Fall auch Musik gemacht das heißt es ist bei uns auf jeden Fall schon im Haushalt natürlich am Start aber ich kann mir auch vorstellen dass wenn für mich war es halt einfach meine Eltern waren einfach nicht besonders gut oder talentiert in Musik deswegen war das für mich auch gut um mich abzugrenzen und mein Ding zu machen und so die Möglichkeit haben die ja gar nicht das heißt auch da ist schon wieder erstmal so ein Vergleich ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht nochmal irgendwann kommt aber ich war halt auch wie gesagt ich bin auch ein Neurotiker wenn meine Tochter dann Tabil gespielt hat war ich auch so ja spiel dich doch nochmal so waren meine Eltern halt auch und ich bin dann auch so geworden auch wenn ich es nicht wollte und abends im Bett liegt man und ey du Idiot aber dann so in der Situation hab ich auch immer wieder Sachen einfach verkackt würde ich sagen ja ist halt schwierig Eltern sein ist nicht einfach deswegen viele kommen zu mir ja ich will auch Kinder haben ich so ey bro nimm deine Zeit wenn du ready bist dann mach aber mach nicht weil du siehst dass andere haben weil es ist sehr viel Stress sehr viel zeitaufwendig also sehr zeitaufwendig so deswegen und man kritisiert sich auch selber sehr sehr oft zumindest wenn man das gut machen will was andere Eltern ich hab recht und halten trotzdem ist das Leben ja irgendwie nicht komplett ohne Kinder also für mich ich bin auf jeden Fall auch in dem state of mind ey Kinder muss sein ja also auch wenn ich Freunde hab die so die ganz anders sind für mich steht es nicht zur Debatte oder stand es nie zur Debatte ne für mich auch nicht also ich liebe Kinder ich wollte schon eigentlich mein erstes mit 18 zum Glück hab ich das nicht getan zum Glück hab ich das nicht getan I wasn't ready aber ja ne Kinder für mich ein Muss und ich finde persönlich es gibt aber warum warum ich also ich mein ich glaube ich weiß warum aber würde ich mich trotzdem warum ich mit 18 ein Kind nein warum du sagen würdest Kinder muss achso Kinder muss naja ich meine wohin soll die Welt sonst gehen weißt du wozu arbeiten weniger Menschen ist ja eigentlich erstmal nicht schlecht das würd ich auch sagen vielleicht auch wenn in Deutschland brauchen wir natürlich Leute genau deswegen also sagt es mal den also die ältere Generation jetzt sie keine Rente richtig bekommen sagt denen ja weniger Leute ist gut sie denken ja ok ich habe bezahlt damit ich auch mal meine Ruhe habe später und die habe ich jetzt nicht ich wurde angelogen so weißt du und deswegen ist es für mich schon wichtig Kinder zu haben und vor allem für mich ist es ein Grund zu arbeiten und zu leben weil wenn ich keine Kinder habe habe ich auch keinen Grund jeden Tag 180 Prozent zu geben so weißt so dann kann ich 50 Prozent geben und dann genieße mein Leben gehe zu Cancun und mache das und das und ist auch okay weißt du da muss ich nicht bei meinem Job immer 100 Prozent geben ich möchte aber 100 Prozent geben ich brauche einen Grund auch dafür für mich ich bin stolz wenn ich weiß okay das und das kann ich dann später meine Kinder weitergeben aber denkt halt nicht jeder so das ist meine Gründe warum ich denke Kinder ist ein Muss außerdem ich komme aus einer afrikanischen Familie meine Oma hatte elf Kinder also es ist schon auch soziale Konvention dass du so denkst ich denke Kinder ist ein Muss aber nur wenn man sich das leisten kann weil ich finde das ist das große Problem das wir haben in armen Ländern die meisten Leute die viele Kinder haben also im mehr Leute Kinder haben umso einmal sind die meistens das ist für mich dann sinnlos weil es ist super egoistisch oft weil du denkst okay ich will so und so viele Kinder haben aber kannst du dich um die Kinder kümmern nein kannst du nicht kannst du denen helfen bei Hausaufgaben kannst du nicht dann gibt es keinen Grund warum du viele hast aber das sind meine Gründe warum ich denke es ist wichtig Kinder zu haben irgendwie weiter drehen deswegen also das was Leute für mich gemacht haben muss ich ja weitermachen und meine Kinder müssen ja weitermachen sonst haben wir keine Welt ja absolut ich sage auch immer gerne oder viele sagen das am Ende des Tages was ich auf dieser Welt hinterlasse sind meine Kinder also ich nehme nicht mein Haus mit wo es hingeht wenn ich mitgestalten das heißt es ist wichtig was für Werte bringst du denen bei was you instill in them und dann sind die wieder diejenigen die Welt shapen das ist ja auch wie bei der Musik wenn du sagst okay ich bin jetzt an einem gewissen Punkt dass ich sage okay die Jüngeren geht ihr nach vorn übernimmt ihr das Ding und ich glaube da geht es halt auch bei den Kindern drum deswegen ist für mich zum Beispiel auch also Kinder safe ein muss auch mehr als eins weil ich glaube halt dass man es als Einzelkind immer ein bisschen schwierig hat beziehungsweise ich finde Familie einfach schön ich war ja auch genau dieses Crew das will man halt auch weitergeben wenn man selber das hatte also das geht mir auf Hilfe auch so ich hatte auch mehrere Geschwister das heißt meine Eltern wollten eigentlich fünf Kinder mein Vater ist katholisch aber genau meine Mutter hat dann irgendwie mehrere Fehlgeburten auch gehabt und dann ist es dann nur drei geworden aber immerhin also drei ist ja schon eine richtige Family im School Sinne ich konnte mir das deshalb mit einem Kind auch nie vorstellen aber ich finde immer ich kenne auch so coole Einzelkinder dass man auch immer nicht sagen kann die haben nicht gelernt zu teilen im Gegenteil weil ich denke manchmal Geschwister sind vielleicht fast härter so voll also ich war auch neun Jahre meines Lebens auch Einzelkind und das hat mich jetzt auch nicht daran gehindert irgendwie familiäres Denken zu haben also es sind halt neun Jahre mit meinem kleinen Roland ja ich glaube das kommt immer auf die Erziehung an ja genau und mein Vater ist auch ein Einzelkind und für ihn ist Familie super wichtig zugeben er mag halt nur die Familie und alles was darüber hinaus geht ist so ein bisschen immer mit Abstand genießen aber halt Familie ist wichtig und das hat er glaube ich mir auch weiter gegeben in dem Sinne aber mal um mal was anderes zu sagen wir sind ja hier Berliner fast alle fast alle ich war kurz hier sechs Monate aber jetzt wieder Backlider schon Charlottenburg deswegen habe ich gesagt warum Charlottenburg ist so viel schön deswegen ich mich würde interessieren also wie weil wir beschweren uns voll oft darüber Berlin ist nicht mehr so wie früher es hat sich voll viel geändert und ich würde mich voll interessieren weil du hast ja noch mal viel weiteren Blickwinkel als wir auf Berlin wie hast du den Wandel von Berlin über die Jahre wahrgenommen und wie siehst du es jetzt und was hältst du davon Das sind viele Themen also einerseits klar ist irgendwie krass wenn ich mir auch überlege was ich schon alles miterlebe hey hey was danke danke dass du unser podcast bis jetzt verfolgt hast vor allem diese folge vergiss bitte nicht ein like und ein subscribe dazulassen auch zu kommentieren das hilft uns immer wieder gut mit den algorithmen also und falls diesem podcast jemand helfen kann den du kennst gerne teilen und es wäre auch cool auf alle plattformen auch zu abonnieren sei es auf instagram oder spotify apple podcast und alle podcast plattformen das hilft uns immer und falls du bei diesem podcast auch mitwirken kannst hast du die möglichkeit zu kommentieren sei es unseren q&a's bei spotify oder hier auf youtube oder wo auch schön und ich hoffe die folge wird hier weiterhin gefahren nein ich bin sicher die folge wird hier weiterhin gefahren peace